Wer seid ihr und was macht ihr? Ich bin der Robert und ich singe Bass in der Gesangskapelle. Und ich bin der Simon und ich singe Tenor in der Gesangskapelle Hermann. Tief hoch. Wann ich nicht auf Facebook war, dann war mein Leben so leer. Das ist ein Männergesangsverein quasi. Wir heißen ja Hermann, obwohl das Herr nur mit einem R geschrieben ist. Haben wir uns zwar nicht deswegen so genannt, weil nur Männer dabei sind, aber irgendwie spricht es dann schon auch wieder dafür, dass wir immer Männerverein sind. Aber eigentlich war es mir so, wenn wir in der Hermanngasse geprobt haben früher. Untertage. Unterwerksbau österreichischer Musik. Jeden dritten Sonntag des Monats um 22 Uhr. Radio Orange 94.0